Mit täglich über 250.000 Reisenden und bis zu 2.000 Zugabfahrten ist der Frankfurter Hauptbahnhof gemeinsam mit dem Münchner Hauptbahnhof hinter dem Hamburger Hauptbahnhof der zweitstärkst frequentierte Bahnhof Deutschlands. In diesem Video möchte ich euch so kurz und kompakt wie möglich den Zugverkehr an diesem Bahnhof samt der eingesetzten Fahrzeuge im Fahrbahnjahr 2019 vorstellen. Wir beginnen mit dem Fernverkehr, der bis auf wenige Ausnahmen von den Gleisen 4 bis 13 verkehrt. Um dieses Video kurz zu halten, wird beim Fernverkehr auf Abweichungen und Verstärkerzüge weitestgehend verzichtet. Wir beginnen mit den Fernzügen in Richtung Ostdeutschland. Stündlich verkehrt ein ICE nach Leipzig. Dabei handelt es sich immer im Wechsel um einen ICE der Linie 50 Wiesbaden-Dresden mit ICE-T und einen der Linie 11 München-Berlin mit ICE 1 oder ICE 4 Triebwagen. Immer in der Stunde, der der ICE nach Dresden fährt, gibt es einen ICE Sprinterzug mit einzigem Halt in Erfurt und Halle nach Berlin. Dieser fährt als Linie 15 mit ICE 3 oder ICE-T Triebwagen. Nach Berlin kommt man jedoch nicht nur stündlich über Erfurt, sondern auch über Braunschweig. Dabei handelt es sich ebenfalls um zwei zweistündige Linien. Zum einen die Linie 12 Basel-Berlin mit ICE 1 Zügen und zum anderen die Linie 13 Frankfurt-Flughafen-Berlin mit ICE-T Zügen. Letztere hält aber meist nicht am Frankfurter Hauptbahnhof, sondern nur in Frankfurt Süd. Selbige Richtung steuern auch die Linien 20 und 22 nach Hamburg an. Die Linie 20 ist mit ICE 1 Triebwagen aus Zürich und die Linie 22 mit ICE 1 oder 4 Triebwagen aus Stuttgart kommen unterwegs. Zwischen Karlsruhe und Hamburg ist dabei zusätzlich auch noch die Linie 26 unterwegs, die aber 90 Minuten länger fährt und 15 Unterwegshalte mehr besitzt. Denn sie fährt meist nicht über die Hochgeschwindigkeit, sondern über die Altbaustrecken, um so etliche weitere Städte fernverkehrstechnisch anzubinden. Sie verkehrt ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt und mit ICE-T-Triebwagen. Zwischen Frankfurt und Heidelberg ergänzt sich die Linie mit der Intercity-Linie 62 zum Stundentakt. Diese Linie 62 fährt nach Stuttgart und meist darüber hinaus über München nach Österreich. Sie verkehrt mit ICE 1 Garnituren und 101er E-Loks. Ein Zugpaar ist auch als Taurus-Sandwich mit ÖBB-Wagen unterwegs. Damit sind wir jetzt bei den Zügen in den Süden angekommen. Neben den angesprochenen Zügen nach Basel und München über Stuttgart gibt es auch die ICE-Linie 41 Ruhrgebiet München über Nürnberg, die als einzige der hier vorgestellten Linien im Stundentakt verkehrt. Zum Einsatz kommen ICE 3 Triebwagen. Bis Nürnberg nutzt diese Linie dieselbe Strecke wie die zweistündige Linie 91 nach Wien. Diese verkehrt mit ICE-T Triebwagen und in den Tagesrandlagen, wenn die Züge nur noch bis Nürnberg oder Passau verkehren, mit Intercity 1 Garnituren. In den meisten Fällen ist diese Linie umsteigefrei auf die Intercity-Linie 31 Frankfurt Ruhrgebiet Hamburg durchgebunden. Diese Linie fährt zum Teil als Intercity 1 Garnitur, aber auch zum Teil mit ICE 1 oder den aus Wien durchgebundenen ICE-T Triebwagen. Damit sind wir jetzt bei den Zügen in Richtung Ruhrgebiet. Neben der zweistündigen Linie 31 über die Rheinstrecke und der stündlichen Linie 41 über die Schnellfahrstrecke, gibt es noch weitere Linien über die Schnellfahrstrecke, nämlich die beiden zweistündigen sich zum Stundentakt ergänzenden Linien 78 Frankfurt Amsterdam und 79 Frankfurt Brüssel sowie einzelne über den Tag verteilte Leistungen der Linie 49 Frankfurt Köln, die dann an allen Unterwegsbahnhöfen der Schnellfahrstrecke halten. Diese Linien fahren alle mit ICE 3 Triebwagen, letztere auch zum Teil mit ICE Velaro Triebwagen. In keinem dichten Takt, jedoch ebenfalls im Durchschnitt etwa alle zwei Stunden, fahren auch noch Fernzüge nach Paris. Es geht dabei immer entweder über Saarbrücken oder über Straßburg. Eingesetzt werden entweder ICE Velaro Züge oder die französischen TGV Züge. Zu diesen regelmäßig verkehrenden Fernzuglinien kommen noch zahlreiche Abweichungen, Verstärker und Linienverlängerungen hinzu, die in dieser Compact-Doku nicht alle erwähnt werden können. Nennenswert ist aber die Tatsache, dass man von Frankfurt aus auch täglich nach Westerland, Stralsund, Marseille, Mailand und Zagreb reisen kann, sowie zweimal wöchentlich auch nach Budapest. Machen wir jetzt weiter mit dem Nahverkehr, bei dem bis auf die S-Bahn alle Züge in Frankfurt beginnen bzw. enden. Starten wir mit den Zügen in Richtung Norden, also jenen auf der Main-Weser-Bahn. Die immer auf den Gleisen 11 bis 17 anzutreffen sind. Alle zwei Stunden werden Frankfurt und Kassel durch den RE30 verbunden, der nur viermal mehr als die parallele ICE-Linie 26 hält und mit einer 146.3 und 6 Dostos der dritten und vierten Generation verkehrt. Zum Stundentakt ergänzt wird er vom RE98 Frankfurt-Kassel, der aber ab Kirchhain überall hält und bis Gießen einen RE99 nach Siegen mitführt. Diese Linien fahren logischerweise ebenfalls alle zwei Stunden, ob er eben von der Hessischen Landesbahn, kurz HLB mit Flirt, zwei Triebwagen erbracht. Hinzu kommt der öfter haltende Mittelhessen-Express, der einmal pro Stunde von Frankfurt nach Gießen verkehrt. In der einen Stunde hält der Zug ab Friedberg, in der anderen erst ab Gießen überall. Hinter Gießen geht es für den vorderen Zugteil nach Treiser, zum Teil auch nur bis Stadtallendorf oder Marburg und für den hinteren Zugteil nach Dillenburg. Diese Züge werden mit 442 Triebwagen der DB Regio erbracht. Hinzu kommen zwischen Frankfurt und Gießen bzw. zum Teil weiter bis Marburg noch etliche Verstärker mit 442 oder 146 mit Dostos, teilweise auch mit 114 und Dostos. Zuletzt gibt es auf dieser Strecke noch die RW 34, auch Stockheimer Lieschen genannt. Im Stundentag geht es mit Triebwagen der Baureihe 642 nach Glauburg-Stockheim. Im Berufsverkehr verkehrt die Linie sogar halbstündig. Dann gibt es auch zwei Verstärker mit 4 Doppelstockwagen und einer Diesellok der Baureihe 245. Die nachmittäglichen Verstärker fahren dabei bis Bad Vilbel gemeinsam mit den Verstärkern der sonst nicht ab Frankfurt fahrenden Linie RB 48 nach Nidda. Morgens fahren die beiden Züge getrennt nach Frankfurt. Neben den zwei Dostos-Verstärkern gibt es auf der RB 48 noch einen Verstärker der HLB mit 646 Triebwagen. Viele interessante Verstärker gibt es auch im Kinzigtal, das heißt in Zügen in Richtung Fulda, womit wir jetzt bei den Zügen in Hanau weitermachen, die immer auf den Gleisen 4 bis 13 abfahren. Im Stundentag verkehren ein Regionalexpress der Linie 50 nach Fulda und eine Regionalbahn der Linie 51 nach Wächtersbach. Auf beiden Linien kommen dieselben sechs Dostowagengarnituren wie auf dem RE 30 zum Einsatz, hier allerdings immer mit E-Logs der Baureihe 114. Beide Linien fahren im Berufsverkehr zweimal pro Stunde, dann allerdings zum Teil mit etlichen Fernzugüberholungen auf der vielbefahrenden Strecke. Verstärkerte Linie 51 fahren zum Teil nur mit 4 Wagen und oder E-Logs der Baureihe 111. Gleiches gilt für den Hessenexpress, der einen ehemaligen IC-Verstärker ersetzt und nach Fulda verkehrt. Zwei RE 50 fahren über Fulda hinaus nach Bebra und zwei RB 51 über Wächtersbach hinaus nach Bad Sodensaal-Münster. Da die Strecke nach Fulda im Berufsverkehr echt stark nachgefragt ist, gibt es jedoch nicht nur Verstärker, sondern auch noch Zugverlängerungen. Dafür werden drei Gardituren um zwei bis drei Wagen und eine weitere Lok verlängert. Verlängerte Züge gibt es auch auf dem Mensch-Bessart-Express, der stündlich von Frankfurt nach Würzburg und alle zwei Stunden darüber hinaus nach Bamberg verkehrt. Immer im Wechsel gibt es einen RE 54, der nordmännisch über Maintal und einen RE 55, der südmännisch über Offenbach fährt. Zu Schwachzeiten fahren alle Züge als RE 54 und zur Hauptverkehrszeit alle als RE 55. Hinzu kommen am Wochenende zwei zusätzliche Freizeit-Express-Frankenland-Züge nach Bamberg, die dann zwischen Gemünden und Schweinfurt eine Direktverbindung nutzen. Eingesetzt werden Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe für 45 in Einfach-Traktion. Im Berufsverkehr sind es bis Aschaffenburg oder Würzburg Doppeltraktion. Wie auf der Karte möglicherweise schon zu erkennen war, hält der nordmännische RE 54 überall. Da dieser meist nur alle zwei Stunden fährt, gibt es dann immer in der Stunde, in der ein RE 55 ab Frankfurt fährt, einen zusätzlichen RB 58-Zug über die nordmännische Strecke. Alle anderen RB 58-Leistungen, die bis Aschaffenburg oder Laufach fahren, beginnen wegen zu starker Streckenauslastung erst in Frankfurt Süd. Auf der RB 58 ist die HLB mit 1440 Triebwagen unterwegs. Hinzu kommt noch alle zwei Stunden der RE 85 über Hanau in den Odenwald. Vom Montag bis Freitag heißt der Zielbahnhof Großumstadt-Biebelsbach und am Wochenende Erbach. Die Linie wendet in Frankfurt immer auf die RB 82, die ebenfalls in den Odenwald fährt, allerdings über Darmstadt-Nord- und Oberramstadt. Hier heißt der Zielbahnhof immer Erbach, vereinzelt auch Eberbach. Beide Linien verkehren grundsätzlich im Zwei-Stunden-Takt und im Berufsverkehr im Stundentakt. Hinzu kommt noch ein RB 86-Verstärker nach Großumstadt-Biebelsbach, der nordmännisch fährt. Das Odenwald-Netz wird von der Vias mit 615er Triebwagen betrieben. Einzige Ausnahme ist die RB 86, die mit 622ern unterwegs ist. Mit der RB 82 hat sich dann bereits unsere nächste Richtung angedeutet, nämlich jede in Richtung Süden. Bevor wir uns mit dem Zugverkehr in Darmstadt befassen, betrachten wir noch die stündliche RB 61 nach Dieburg. Diese sogenannte Dreieichbahn ist mit 642 Triebwagen unterwegs. Ein morgendlicher Verstärker verkehrt auch mit 646 an. Seit 2. Februar sind hier die ersten Pilser Link-Triebwagen der Baureihen 6632 und 633 im Einsatz, die schrittweise bis Sommer 2019 auf alle Umläufe in den Betrieb gehen sollen. Nun aber zu den Zügen nach Darmstadt, bei denen in der Regel ein Halbstundenteil angeboten wird. Dabei handelt es sich immer im Wechsel um eine RB 68 nach Heidelberg, die ab Darmstadt überall hält, und einen RE 60 nach Mannheim, der eben nicht überall hält. Der RE 60 ist bis auf einzelne Verstärker südlich von Darmstadt jedoch nur noch alle zwei Stunden unterwegs. Alle anderen Züge enden dann folglich in Darmstadt. Außerdem fährt die RB 68 von Montag bis Freitag meist weiter bis Wiesloch-Walldorf. Und sobald der Umbau des Knotens um Neu-Edingen abgeschlossen ist, wird sie dann auch immer ein Zugteil als RB 67 nach Mannheim mitführen. Deshalb verkehrt die RB 68 bereits heute immer in Doppeltraktion, wenn der RE 60 außerhalb des Berufsverkehrs nur einzeln fährt. Zum Einsatz kommen Twindex-Triebwagen der Baurei 446, die sich von den Würzburger Kollegen der Baurei 445 durch den höheren Einstieg unterscheiden. Dieses Meiner-Karit-Express-Netz umfasst auch noch den RE 70, der stündlich über das Ried nach Mannheim verkehrt und bis auf die HVZ in Einfachtraktion unterwegs ist. Dieser fährt dann auch nicht mehr wie die Darmsteller Züge aus dem Gleisbereich 4 bis 13, sondern aus dem Gleisbereich 16 bis 24, wo wir bei der nächsten Ausfahrtsrichtung angekommen sind, die gen Frankfurt Stadion verläuft. Diese Züge sind genauso wie die in Frankfurt Höchst entweder auf Gleis 16 bis 24 oder auf Gleis 1 bis 8 anzutreffen. Hier verkehren die beiden zweistündigen Linien RE 2 nach Koblenz und RE 3 nach Saarbrücken. Beide Linien verkehren im Berufsverkehr stündlich. Hinzu kommen noch verstärkerte Linien RB 31 nach Alzey. RE 3, RB 31 und die RE 2 Verstärker werden von Flex mit 620 und 622 Triebwagen gefahren, während der RE 2 zum Südwest-Express-Kurz-Sügex-Netz gehört, das von der DB Radio mit Flair drei Triebwagen betrieben wird. Neben dem RE 2 fahren aber auch die Sügex-Linien RE 4 und RE 14 ab Frankfurt, deren Zielbahnhöfe Karlsruhe bzw. Mannheim sind. Im Fahrplaner 2019 ist der RE 4 jedoch noch in Mainz gebrochen, sodass die Direktverbindung nach Karlsruhe nicht besteht. Diese Züge ergänzen sich zum Stundentakt und fahren ebenfalls mit Flair 3, aber auch vereinzelt mit für 25ern oder Flex-Triebwagen. Außerdem fahren diese Züge in Richtung Frankfurt Höchst und wir schon bei der nächsten Richtung angelangt sind. Während der RE 2 linksrheinisch nach Koblenz fährt, fährt die RB 10 der Vias rechtsrheinisch. Sie ist im Stundentakt unterwegs und hat den Zielbahnhof Neuwied. Berufsverkehr herrscht bis Koblenz ein 30-Minuten-Takt, außerdem gibt es zwei RE 9 Verstärker nach Eltville, die nicht über den Wiesbadener Hauptbahnhof fahren. Hier kommen Flair 1 Triebwagen zum Einsatz. Nach Limburg gibt es ebenfalls eine stündliche Verbindung, die durch die RB 22 hergestellt wird. Sie verkehrt im Berufsverkehr halbstündig und wird dann zusätzlich durch den stündlichen, nicht überhaltenden RE 20 verstärkt. Die Züge beider Linien fahren alle mit 3-5 Doppelstockwagen und E-Logs der Baureihe 143. Ebenfalls überhöchst fahren auch die Züge der Linie RB 12, die meist im Halbstundentakt unterwegs ist und nach Königstein fährt. Hier setzt die HLB, Dieseltriebwagen, der Baureihen 609.0 oder 648 ein. Mit selbigen Fahrzeugen fahren auch die HVZ-Verstärker der RB 15 nach Gräfen, Wiesbach oder Brandoberndorf, die im Berufsverkehr zuhlt sich ab Frankfurt fahren und zum Teil umsteigefrei mit der RB 12 zusammenhängen. Von den jetzt genannten Zügen fahren bis auf die Linien RE 4, 14, 20 und die RB 22 alle, bis auf Ausnahmen, von den Gleisen 16 bis 24 ab. Nur die eben genannten sind auf den Gleisen 1 bis 8 anzutreffen, wo auch die E7 der S-Bahn Rhein-Main beginnt. Bis auf einzelne S1, S2 und 8 Verstärker sowie eben S7 halten alle weiteren S-Bahnen im Tiefbahnhof auf den Gleisen 101 bis 104. Das letzte S-Bahn Rhein-Main umfasst die Linien S1, Rödermann-Uberroden-Wiesbaden-Hauptbahnhof, S2, Dietzenbach-Niedernhausen, S3, Darmstadt-Hauptbahnhof-Bad Soden, S4, Langen-Kronenberg, S5, Frankfurt-Südfriedrichsdorf, S6, Frankfurt-Südfriedberg, S7, Frankfurt-Hauptbahnhof-Riedstadt-Gordelau, S8, Offenbach-Ost-Wiesbaden-Hauptbahnhof und S9, Hanau-Hauptbahnhof-Wiesbaden-Hauptbahnhof. Grundsätzlich fahren alle Linien im 30-Minuten-Takt, auf S1, S2, S5 und S6 kommt es aber auch tagesabhängig auf Teilabschnitten zu einem 15-Minuten-Takt. Außerdem bilden S3 und S4 sowie S8 und S9 auf dem gemeinsam genutzten Streckenherbstständig jeweils einen 15-Minuten-Takt. S8 verkehrt im Berufsverkehr auch weiter bis Hanau. Zum Einsatz kommen auf der S2 bis S6 Triebwagen der Baureihe 423 und auf der S1, S7, S8 und S9 für 30 Triebwagen. Voraussichtlich ab Sommer 2019 soll die S7 mit modernisierten für 25-Minuten-Verkehr. Zuletzt halten am Frankfurter Hauptbahnhof auch noch Stadtverkehrsmittel. Genauer die U-Bahn-Linien 4, Bockenheimer Warte-Engheim und 5, Hauptbahnhof-Breugensheim. Das wie die Straßenbahnen der Linie 11, Höchsthochschwertstraße-Vechenheim-Schießhüttenstraße, 12, Schwanheim-Rheinland-Straße-Hu-Junkers-Straße, 14, Gallus-Gustavsburg-Platz-Bornheim-Ernst-Mai-Platz, 16, Ginnheim-Offenbach-Stadtgrenze, 17, Rebschlok-Bad-Neu-Isenburg-Stadtgrenze und 21, Niedkirche-Stadion-Straßenbahn. Sowie etliche Stadt- und Regionalbusse. Damit sind wir jetzt auch am Ende der Vorstellung des Zugverkehrs am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen und damit verabschiede ich mich von euch und sage vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Kompakt-Doku. In ein bis zwei Wochen gibt es auch noch eine aktuelle, ausführliche Dokumentation über den Frankfurter Hauptbahnhof, bei der ihr dann noch mehr zu den Linien, deren Verstärkern sowie die eingesetzten Fahrzeuge erfahrt. Ich hoffe, dass ich euch da auch dann wieder begrüßen darf. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!